In meiner Bäckerei verkaufe ich eine Laura, die sieht so knackig aus, man nennt sie auch das knackige Brötchen. Knackig 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 kn Sugar, sugar, baby, sugar, sugar, baby, du siehst so süß aus. Denn alle Leute, die bei mir einkaufen, stehen auf Laura und Jasmin. Da könnte ich widerstehen. Knacki, 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 knacki Oh, 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 die sind so wunderschön, wenn wir die beiden sehen, die Konkurrenz kommt nicht gegen an, die Laura ist knackig und die Jasminia, die ist süß. Knackig, 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 zu knackig, zit's jauß Sugar Sugar Baby Chuuse Not Nun mach ich meine Bäckerei wieder zu, denn es ist achtzehn Uhr, der Um-Seit waren die zuschross durch Laura und Jasmin. Knacki, 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 knacki. So knackig sieht sie aus. Schoge, schoge, baby, schoge, schoge, baby, schoge, schoge, baby. Du siehst du siehst du siehst.